Rudolf Stadelmann war ein deutscher Historiker und Professor für neuere Geschichte, Leben. Nach einem Geschichtsstudium in Tübingen, Heidelberg, München und Berlin promovierte Stadelmann 1924 an der Universität Tübingen als Schüler von Gerhard Ritter mit der Dissertation Der historische Sinn bei Herder. Er absolvierte danach eine Lehrerausbildung und wirkte 1926 bis 1928 als Lehrer in Kirchheim, Teck. Nach Auslandsaufenthalten unter anderem als Lektor in Bologna, habilitierte er sich 1929 an der Universität Freiburg über den Geist des ausgehenden Mittelalters und wirkte dort anschließend als Privatdozent. Unter dem Einfluss Martin Heideggers entwickelte er gegen den Widerstand Ritters. Eine zunehmende Nähe zum Nationalsozialismus und trat 1936 der Reiterstandarte der SA bei. 1936 erhielt Stadelmann eine ordentliche Professur an der Universität Gießen, 1938 wechselte er nach Tübingen. Stadelmann trat 1933 anfänglich mit Begeisterung für ein nationalsozialistisches Deutschland ein. Jedoch kühlte sich sein Verhältnis zur NSDAP bald ab, sodass die Berufungen nach Gießen und Tübingen manche Kämpfe mit den Pateinstellen kosteten. Die Differenzen lagen aber weniger im politischen als im persönlichen Bereich. Im NS-Staat war Stadelmann öffentlich präsent. Er agierte vor Militärs, der SA, der studentischen Jugend und französischen Gefangenen. Er musste nicht zur Wehrmacht einrücken, sondern leistete kriegswichtige Forschungsarbeiten, beispielsweise bei der Auswertung der Beuteakten des G-Dorsi. Dort tat er Dienst in der Aktenkommission, die in den Archiven Urkunden zur deutschen Geschichte zusammenstellte und teilweise nach Deutschland überführte. Stadelmann ging es bei seinen Forschungen politisch um eine Stärkung des nationalen Selbstbewusstseins. Seine Darstellungen von Luther, Bismarck und Friedrich dem Großen sollten dies erreichen, Perioden der Schwäche blendete er aus. Er setzte sich fast bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges engagiert für die Erhaltung der Kampfmoral der Wehrmacht ein. Dennoch blieb er nach dem Krieg Ordinarius in Tübingen. Nach 1945 wandelte er sich zum moderaten Konservativen. Manche Historiker stufen Stadelmann nicht als Nationalsozialisten, sondern als Mitläufer ein. Jörg Peter Jartow kommt zu dem Schluss. Stadelmann sei wegen seines ambivalenten Verhaltens mit den Kategorien Nationalsozialist oder Mitläufer nicht zu fassen, Schriften. Vom Geist des ausgehenden Mittelalters. Niemeyer, Halle 1929. Deutsche Geschichte vom Zeitalter der Reformation bis zum Tode Friedrichs des Großen. Athenäon, Potsdam 1936. Vom Erbe der Neuzeit. Köhler und Amelang, Leipzig 1942. Das Jahr 1865 und das Problem von Bismarcks deutscher Politik. Oldenburg, München 1933. Otto von Bismarck. Erinnerung und Gedanke. Kritische Neuausgabe aufgrund des gesamten schriftlichen Nachlasses. Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin 1932. Deutschland und Westeuropa. Drei Aufsätze. Steiner, Laubheim 1948. Soziale und politische Geschichte der Revolution von 1848. Ruckmann, München 1948. Jakob Burkhardt. Weltgeschichtliche Betrachtungen. Reichelt, Tübingen 1949. Moltke und der Staat. Scherpe, Krefeld 1950. Scharnhorst, Schicksal und geistige Welt. Ein Fragment. Mit einem Geleitwort von Hans Rothfels. Limes, Wiesbaden 1952. Limes, Wiesbaden 1951. Limes, Wiesbaden 50. 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 Limes, Wiesbaden 50.